Liebe Zuschauer, immer mehr Themen in der Börsenwelt sind nicht so durchschaubar, Brexit, Miefe 2 oder die ESMA-Regelungen und um da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen, wird es in Frankfurt ein interessantes Event geben mit vielen interessanten Gästen und die Veranstalter sind bei mir, Silvia Vassilova vom Brokerhaus XM, schön, dass Sie da sind und Arthur Augustiniak von Forex Marketers, schön, dass Sie auch da sind. Ja, was erwartet uns, was ist die Investors-Gala? Die Investors-Gala ist im Grunde ein Event mit den von Ihnen erwähnten Inhalten für allen Börseninteressierten in Form eines exklusiven Galaabends. Als Beispiel wird Herr Oliver Roth aus der Oder-Seigler-Bank den Besuchern fachgebundene Inhalten, Informationen und Einblicke zu den Themen geben. Ja, und es gibt auch einen Trader-Talk. Richtig, der Trader-Talk findet statt mit Markus Gabe, Gilpas, Samir Boyadan und Michael Vogt. Das wird ein Event, welches es solches in der Branche noch nie gegeben hat. Welche Gäste kommen sonst noch so? Im Grunde genommen ist die Investors-Gala ein großes Branche-Treffen. Wir erwarten unter anderem Börsenkenner, aber auch Dienstleister aus der Börsen- und Trading-Szene, Börseninteressierte und vor allem auch den Privat-Trader, denen ja die ganzen neuen Regelungen im aktiven Handel besonders betreffen. Ja, es klingt interessant, auch nach einer guten Mischung aus Information und auch einem schönen Abend. Braucht man diese Veranstaltung wirklich? Ja, und ich sage es Ihnen, warum. Das Wichtigste ist, dass die neuen Richtlinien eigentlich und die Veränderungen in der Branche bekannt gemacht sein müssen. Und deswegen haben wir uns entschieden, weitere Informationen an den Kunden weiterzuleiten. Diese Veränderungen in der Branche und wir machen das auch ganz locker und entspannt. Kann man jeden so mitbringen, wenn man Frau mitbringen möchte, Partner, kann man einfach mitbringen zum Galaabend? Richtig. Wie Sie schon sagen, es ist ein Galaabend und einen Galaabend besucht man natürlich nicht alleine. Also gerade dieses Event bietet sich dafür an, dass es in einem exklusiven Ambiente stattfindet mit einem Drei-Gänge-Menü, dass man das Event zusammengenießt mit der Ehefrau oder dem Ehemann, eventuell auch mit Freunden, Bekannten, die sich für diese Branche interessieren. Und was ist das Ziel des Abends? Das Ziel des Abends ist, dass am Ende des Abends sollte jeder seine Börsenkontakte ausgebaut haben und sein Wissen erweitert haben. Im besten Fall haben die Gäste des Abends eine Orientierung für ihr Tradingverhalten und nutzen auch die neuen Informationen, gerade die Richtlinien, um ihre Tradingentscheidungen zu treffen und umzusetzen. Wie kam es zur Kooperation Ihrer beiden Unternehmen? Wir arbeiten schon seit einer langen Zeit miteinander und wir arbeiten erfolgreich mit Forex-Marketers und wir nehmen diese Marketingagentur ganz ernst und bis jetzt haben wir immer eine gute Kooperation gehabt und deswegen haben wir uns eigentlich entschieden, dass es der beste Partner ist für die Organisation eines Events. Und Sie unterstützen dann XM Broker? Richtig. Wir arbeiten mit der XM, als wir die Idee gemeinsam ausgebaut haben. Wir müssen dazu sagen, XM selbst hat ja schon sehr viel Erfahrung bei der Organisation von solchen großen Events in anderen Ländern, auch wenn sie in einem ganz anderen Rahmen stattfinden. War aber für uns von Anfang an klar, dass wir hier gemeinsam dieses Event aufstellen, zusammenarbeiten und das Event auch umsetzen. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Wann und wo müssen wir vorbeikommen? Frankfurt am Main, Gesellschaftsbarmengarten am 12. Mai 2018 und wir werden uns freuen, Sie vor Ort zu begrüßen. Ja, wunderbar. Klingt nach einem ganz tollen, spannenden Abend mit vielen interessanten Gästen, vielen tollen Themen und nach einem schönen Ambiente. Wünsche Ihnen viel Glück dabei. Auch Inside Wirtschaft ist natürlich dann vor Ort. Arthur Augustiniak von Forex Marketers, danke Ihnen. Und Silvia Vassilova von XM, danke Ihnen auch. Und danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Inside Wirtschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017